Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde immer wieder gefragt, Herr Nils, lohnt sich eine Photovoltaikanlage wirklich? Macht das Sinn, eine PV-Anlage zu installieren? Und es wäre super schön, wenn ich jetzt hier einfach sagen könnte, ja klar, auf jeden Fall macht das. Das mache ich aber auf keinen Fall, denn es ist doch ein bisschen komplexer, das Ganze. Und ich möchte euch dazu eine kleine Geschichte aus der letzten Woche erzählen. Ich hatte nämlich eine Anfrage für eine Beratung und Elke aus Baden-Württemberg, die hat mich gefragt, so sag mal Nils, wie sieht es aus hier? Die folgende Situation, ich habe ein Mittelrheinhaus mit einem Flachdach und dort möchte ich das Dach sanieren. Und in Baden-Württemberg, da gibt es eine Regelung, nämlich, dass wenn die Dachfläche saniert wird, egal jetzt ob ein Flachdach oder ein Satteldach mit Dachziegeln zum Beispiel, dann muss nachher 60% mindestens dieser Dachfläche mit einer Photovoltaikanlage belegt werden. Solarthermie geht auch, da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Ich spreche jetzt von einer PV-Anlage. Und sie ist jetzt also in der Situation, sie muss ihr Dach sanieren, weil das kaputt ist, sonst gibt es Wasserschäden nachher. Und gleichzeitig muss sie dann in eine Photovoltaikanlage investieren. Und das finde ich allein schon total krass. Also wenn ich mir mal überlege, ich muss an meinem Haus was machen, um das überhaupt instand zu halten, um den Wert zu erhalten auch, bin dann da gleichzeitig gesetzlich gezwungen, auch auf dem Dach eine Photovoltaikanlage zu installieren. Das finde ich schon heftig. Grundsätzlich finde ich erneuerbare Energien super und finde das auch eine großartige Sache, um Strom zu erzeugen. Aber jemanden dazu zu zwingen, diese Investition zu tätigen, das finde ich persönlich krass. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht. Das ist meine Meinung dazu, dass ich das eigentlich finde, dass das jeder selbst entscheiden sollte. Aber zu der Situation jetzt von Elke. Die hat einen Stromverbrauch von 1500 Kilowattstunden pro Jahr und hat mich jetzt gefragt, Nils, lohnt sich bei mir eine Photovoltaikanlage überhaupt? Und da möchte ich jetzt mit euch drauf schauen. Und zwar anhand ihrer Daten, also die Dachfläche habe ich mir mal angeschaut, wurde ein Angebot eingeholt. Das zeige ich euch auch gleich mal, welche Preise da gerufen werden für das Angebot. Und dann möchte ich einmal zeigen, anhand der ganzen Situation mit ihrem Stromverbrauch, ob sich das Ganze rechnen würde. Wichtig, Elke sagte von Anfang an, ich möchte keinen Speicher. Das heißt, ich betrachte die Situation jetzt ohne die Installation eines Speichers. Dementsprechend gehe ich auch von weniger Autarkie aus. Das heißt, den Strom, den sie erzeugen wird, da wird sie ganz, ganz viel Strom ins öffentliche Netz einspeisen und also mehr Einnahmen dann durch Einspeisevergütung haben, weil sie den Strom ja gar nicht den ganzen Tag über dann auch nutzen kann. Mit einem Speicher wäre die Autarkie deutlich höher, bis zu 70 Prozent. Ohne Speicher gehe ich jetzt von 30 Prozent pessimistisch gerechnet aus. Wer da sehr darauf achtet, dann auch ohne Speicher seine Geräte immer anzuschalten, wenn die Sonne scheint und die Anlage Strom erzeugt, der schafft dann natürlich auch mehr. Aber gehen wir mal von 30 Prozent Autarkie aus. Das bedeutet also, sie hat 1500 Kilowattstunden, die sie benötigt. Das bei einem Preis von angenommen 30 Cent macht dann jetzt erstmal 1500 Kilowattstunden mal 30 Cent sind 450 Euro. Das ist jetzt erstmal gar nicht so viel. Ihr merkt schon, 450 Euro im ganzen Jahr, das ist an Stromkosten überschaubar. Und daher auch die berechtigte Frage, lohnt sich jetzt die Investition in so eine Photovoltaikanlage überhaupt? Und dazu müssen wir jetzt mal ein bisschen schauen, was würde diese Anlage erzeugen und was würde sie dadurch dann einsparen. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen an. Bezogen auf die Dachfläche von Elke machen diese 60 Prozent dann etwa 10 Kilowatt Peak aus. Im Angebot sind es 10,44 Kilowatt Peak. Und gehen wir mal von 10 Kilowatt Peak aus. In der Theorie würde diese Anlage dann jetzt bei guter Ausrichtung etwa 1000 Kilowattstunden pro installierter Kilowatt Peak erzeugen. Das hängt natürlich stark vom Winkel ab, von der Ausrichtung. Also wenn ich Richtung Süden baue, die PV-Anlage, dann erzeuge ich noch mehr Strom. Aber wir gehen jetzt hier mal von einem groben Wert aus. Das muss für die genaue Situation natürlich ermittelt werden. Aber jetzt wie gesagt 1000 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak angenommen. Dann macht das also 10.000 Kilowattstunden pro Jahr, die Elke hier zu erwarten hat. Da sie jetzt keinen Speicher möchte, sprechen wir von 30 Prozent Autarkie. Das bedeutet, von den 10.000 Kilowattstunden speist Elke dann 9.550 Kilowattstunden ein. Warum? Weil sie nur 450 Kilowattstunden selbst verbrauchen kann von dem selbst erzeugten Strom. Das sind 30 Prozent von 10.000 Kilowattstunden, 450 Kilowattstunden also, die sie selbst nutzen kann. Ihre Ersparnis, die berechnet sich jetzt wie folgt. Und zwar hat sie ja 450 Kilowattstunden, die sie sonst aus dem Netz kaufen müsste, für 30 Cent eingespart durch die eigene Photovoltaikanlage. Macht also 450 mal 0,3 Euro. Und das sind 135 Euro pro Jahr. Das ist wirklich nicht viel. Natürlich 135 Euro auf den Schlag klingt erstmal viel. Aber über das ganze Jahr verteilt, da wird es dann doch recht überschaubar. Und jetzt gucken wir mal drauf, wie es dann aussieht, wie viel sie für die Einspeisung dann noch bekommt. Wie gerade schon vorgerechnet, hat Elke eine Einspeisemenge von 9.550 Kilowattstunden. Das heißt also, das mal ihre Einspeisevergütung verrechnet, ist dann auch der Gewinn. Und den muss sie auch nicht versteuern, da gab es ja diverse Änderungen. Um das jetzt aber zu berechnen, müssen wir drauf schauen, die Einspeisevergütung, die gilt bis 10 Kilowatt Peak. Und ab 10 Kilowatt Peak, dann gibt es nochmal eine nächste Staffelung. Ich habe das jetzt schon zusammengerechnet. Das ist also eine kombinierte Einspeisevergütung. Und die beträgt jetzt 8,08 Cent, ist das bei Elke. Und wenn wir das jetzt multiplizieren mit den 9.550 Kilowattstunden, die sie einspeist, dann sind das 771,6 Euro pro Jahr. Das ist schon mal recht gut. Und da müssen wir jetzt mal gucken, was ist denn jetzt die Gesamtersparnis pro Jahr und wie lange dauert es dann wirklich, bis die Anlage sich rechnet. Daher also einen Blick erstmal auf die Gesamteinnahmen. 771,6 Euro durch die Einspeisung. Und dann ja noch die 135 Euro durch die Einsparung, also den weniger Netzbezug, den sie hatte. Und da sind wir bei 906,6 Euro, die Elke einspart. Jetzt schauen wir mal drauf, was ist denn eigentlich das Angebot? Also Elke hat für 10,44 Kilowatt Peak ein Angebot vorliegen mit einem Preis von 14.155 Euro. Das ist erstmal recht fair, finde ich. Denn wenn man das runterbricht auf den Preis pro Installator Kilowatt Peak, dann sind es hier 1.355 Euro. Und damit liegt sie auf jeden Fall im unteren Bereich von vielen Angeboten, die ich doch regelmäßig sehe. Damit übrigens ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn du auch Angebote anfordern möchtest, nutze gerne mein Netzwerk. Ich habe mittlerweile ein tolles Netzwerk aufgebaut. Frag unverbindlich Angebote an. Links dazu findest du hier unten drunter. Und wenn du dir überhaupt unsicher bist, ob eine PV-Anlage für deine Situation Sinn macht, dann prüfe das auch mit meiner 0 Euro PV-Checkliste, auch unter dem Video verlinkt. So und jetzt schauen wir mal auf die spannende Frage. Lohnt sich diese Photovoltaikanlage für Elke? Beziehungsweise wann lohnt es sich? Wann ist die Appelzahl, die Investition? Und dazu brauchen wir also wieder den Gesamtpreis 14.155 Euro. Teilen den durch die Ersparnis pro Jahr, also 906,60 Euro pro Jahr. Und dann kommen wir auf 15,6 Jahre. Achtung, ich zeige gleich nochmal genau, wie ich das berechnet habe. Denn dort ist jetzt nichts mit eventuell steigenden Strompreisen pro Jahr drin. Das finde ich immer sehr, sehr schön gerechnet. Deswegen habe ich das bewusst ganz rausgelassen. Und die Berechnungen, die ich da gemacht habe, wenn du die auch interessant findest, kannst du dich für mein Newsletter auf meiner Seite eintragen, www.sonnefreihaus.de. Und dann schicke ich dir das auch in den nächsten Wochen noch zu. Im Monat Juli ist das noch geplant, dass ich diese Berechnung für die Amortisation auch einmal rausschicke. Aber jetzt nochmal zur Situation von Elke. Also 15,6 Jahre, das ist erstmal recht lang. Aber ist da denn alles drin? Oder schlummern da vielleicht noch ein paar Überraschungen? Und um das rauszukriegen, muss man jetzt nochmal ganz individuell auf die Situation gucken. Wenn das Dach saniert wird, wird das bar bezahlt, wird dafür ein Kredit aufgenommen. Wenn das Dach saniert wird und die PV-Anlage dazukommt, wird nur die PV-Anlage dann noch finanziert oder wird alles zusammen bar bezahlt. Das ist natürlich sehr, sehr individuell und muss jeder für sich dann schauen. Wenn noch extra Kosten für die Finanzierung draufkommen, dann ist es so, dass dadurch natürlich auch die Amortisation sich nochmal verändert, weil ich ja noch mehr Ausgaben habe, um nämlich den Kredit zu bezahlen für die Photovoltaikanlage. Übrigens, ich habe mich mal schlau gemacht, es gibt einen Kredit in Baden-Württemberg von der L-Bank. Ich finde es nicht sonderlich attraktiv mit 3,35% Zinsen pro Jahr. Aber es soll dort Förderpakete geben. Da muss man auch ganz genau gucken, was will man da ausgeben, damit sich das am Ende wirklich noch lohnt. Neben den Kreditkosten, die eventuell noch dazukommen, das kann man dann auch in der Berechnung, die ich dir gleich noch zeige, berücksichtigen und die noch in die Anschaffungskosten mit einfließen lassen. Aber daneben eventuell noch Reinigung, gerade bei einem Flachdach, flache Module, verschmutzen schneller. Da kann es also mal sein, dass eine Reinigung notwendig wird oder aber auch eine Wartung oder Reparatur. Und das ist ganz individuell. Eine Versicherung vielleicht sogar noch für die Photovoltaikanlage. Das erhöht natürlich die Gesamtanschaffungskosten und dadurch auch dann nochmal wieder die Amortisationszeit. Ich bin ein großer Freund davon, ganz transparent das durchzurechnen und da auch nichts schön zu rechnen, damit die Anlage sich wirklich dann auch lohnt. Beziehungsweise die Entscheidung vielleicht auch einfach ist, ist mir egal, dauert zwar lange, aber ich finde das toll, ich möchte meinen eigenen Strom erzeugen. Und auch da schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht, weil es ist immer super viel diskutiert auch unter vielen Videos. Da gibt es die, die sagen, ein Auto muss ich auch nicht rechnen, schöne Felgen am Auto auch nicht. Und warum muss eine Photovoltaikanlage sich rechnen? Und dann gibt es wiederum die, die sagen, doch, wenn ich dieses Geld in die Hand nehme, dann möchte ich, dass es sich rechnet. So, und jetzt hatte ich ja gesagt, dass ich euch nochmal kurz das Berechnungstool dahinter zeige. Ich habe da eine Excel-Tabelle gebaut, die möchte ich euch gerne über den Newsletter noch im Juli zur Verfügung stellen. Wenn ihr da Interesse dran habt, um das mal für eure Situation durchzurechnen, dann guckt da auf jeden Fall mal rein in den Newsletter, beziehungsweise auf meine Webseite und tragt euch für den Newsletter ein und dann schicke ich euch das im Juli noch zu. Und da gucken wir jetzt mal drauf. Das ist jetzt hier die Excel-Tabelle, von der ich sprach. Und es ist eigentlich ganz einfach zu machen. Ihr tragt hier oben den Anschaffungspreis ein. Den habe ich jetzt hier einfach aus dem Angebot übernommen. Wenn du den noch nicht kennst, dann kannst du hier unten auch mit diesen Feldern arbeiten. Ich habe die alle benannt. Da gibst du die Größe der PV-Anlage ein und dann wird mit Durchschnittswerten gerechnet. Das ist natürlich relativ ungenau. Dann wird hier der Stromverbrauch pro Jahr eingetragen. Bei Elke waren das 1500 Kilowattstunden. Die Stromproduktion, die kannst du natürlich auch genauer berechnen. Da gibt es auch ein paar Tools. Da habe ich schon ein paar Hinweise zugegeben. PV-GIS ist da ein Tool. Und dann kannst du das für deine Situation noch genauer bestimmen. Und dann die Autarkie, sofern du das schon einschätzen kannst. Hier jetzt 30 Prozent. So, dann haben wir die 450 Kilowattstunden, die ich genannt habe. 9.550 Kilowattstunden, die jetzt ins Netz eingespeist werden dann. Und Netzbezug bleiben dann noch 1050 Kilowattstunden. Das ist also der Verbrauch hier minus der Strom, der durch die PV-Anlage abgedeckt wird, macht 1050. Und die Kosten für den Strom bei Elke, die sind mit 30 Cent angesetzt. Hier kannst du also auch deinen Strompreis frei wählen und eintragen. Also alle diese gelben Felder hier, oder ist es grün? Ich muss gestehen, ich habe eine Farbschwäche. Ich sehe das immer gar nicht so genau. Aber ich glaube, es ist gelb. Da tragt ihr eure Daten an. Genauso wie hier bei der Anlagengröße. Ich habe jetzt hier 10,44 Anlagengröße insgesamt eingetragen. Und dann hier alles, was bis 10 Kilowatt Peak ist. Alles, was da drunter ist, oder darüber hinaus geht, Entschuldigung, sind 0,44. Und insgesamt sind wir da also bei 10,44. Und dann wird das prozentual ausgerechnet mit der Einspeisevergütung, die dann ab August übrigens, ganz wichtig gilt, denn aktuell ist die noch ein bisschen höher, aber ab dem 1. August gibt es wieder eine Degression um 1%. Und daher hat Elke hier 8,08 Cent pro Kilowattstunde Einspeisevergütung. Dann wird das Ganze hier ausgerechnet und sie hat eine Stromkostendifferenz pro Jahr von 906 Euro und ein wenig mehr. Und damit eine Amortisationszeit von 15,61 Jahren. Also, wenn ihr den Link hier zu diesem Tool haben möchtet, weil ihr das hilfreich findet, dann tragt euch gerne für den Newsletter ein und dann erhaltet ihr den noch. Im Juli sende ich euch das zu. Ja, und anhand der Situation hier von Elke ist hoffentlich klar geworden, dass es nicht ganz so einfach ist. Eine Photovoltaikanlage lohnt sich nicht partout. Und ob sie sich für dich lohnt, was für dich ein Zeitrahmen ist, der für dich noch tragbar ist, das ist natürlich auch ganz individuell. Ich finde 15,6 Jahre ganz schön lang, aber das ist ganz persönlich und das ist meine Meinung. Aber schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Wann sollte sich deiner Meinung nach eine Photovoltaikanlage rechnen? Ich finde, alles, was in Richtung 10 Jahre geht, das ist ein guter Wert. Und wünsche dir viel Erfolg bei deiner Anlagenplanung, wenn du da auf dem Weg gerade bist. Wenn du das Video interessant fandst, lass mir gerne einen Daumen und ein Abo. Da freue ich mich. Sonnige Grüße und auf bald. Bis zum nächsten Mal.